hallo und herzlich willkommen zu leider noch eine aufnahme mit dem schlechten mikro weil ja weil wir bock drauf haben und geil sind weil ich geburtstag habe junge oh ja jetzt bitte mal beziehungsweise wenn die folge kommt hast du schon lange kein geburtstag mehr aber ihr könnt ja alle mal die kommentare schreiben alles gute zum geburtstag nachträglich genau bin ich sehr dafür so und ich habe hier ja letzte folge dezent zepplings gepflanzt und dieser dezente wald ist jetzt dezent gewachsen ich sehe es ja schon ich weiß gerade übrigens zu hause weil ich bin jetzt vor der aufnahme nur schnell heimgespackt weil wir mussten pennen weil es war gerade so eine action hier alter was ist das für ein wald junge das ist kein alter jetzt mache ich mir vier äxte ja weißt du was ich habe bock drauf hier so ein wald anzupflanzen also dann nicht hier aber aber also aber dann so ein bisschen weiter den muss ich aber nochmal komplett abreißen weil ja das ist in ordnung weil da kommt ja auch unser solarpark hin okay so dass ist jetzt die bau um die baumaufnahme die baumnahme ich bin schon wieder so witzig am frühmorgens frühmorgens vor allem um dreiviertel zwölf mehrkommen ich hab auch gerade erst gefrühstückt also alter jetzt hab ich kein jetpack das ist grad übelst nervig was habe ich eigentlich meine Render Distanz, das will ich jetzt mal wissen, auf Far. Ja, bei mir geht's auch nicht weiter, das regt mich irgendwie bis auf. Ich stell die mal auf Normal. Oh, da geht's aber ab, ey. Normal, warum? Weil, also, erstens finde ich es irgendwie auch cool, wenn dann so hinten am Ende des Displays so ein bisschen der Nebel... Oh, nein. Wenn dann so der Nebel kommt. Du bist doch so ein Spast, Alter. Äh, gibt das auch viel bessere Performance, weil ich hab jetzt wieder 60 FPS hier. Okay, so, wollen wir jetzt mal anfangen hier mit dem Baum abreißen. Ich hau erstmal alles weg, was ich kriegen kann und dann soll nicht alles. Bauaufnahme. Bauaufnahme, ja. So, ich hab das mal wieder zugekleistert hier. Und... Alter Vater, wie es jetzt schon anfängt zu lecken hier. Ja? Ja. Okay. Ach, hier unten hast du auch wieder ein bisschen was kaputt gemacht. Wo? Hier. Ja, das warst du vorhin gerade eben. Achso, ja, stimmt. Ich bin reingejoint auf den Server. Und klebe jetzt nur so, ach du ein Creeper. Und ich, hä, ich hab doch noch Ladebildschirm. Ja, und dann bin ich reingekommen und dann hab ich nur die Explosion gehört. Bitte. Oh Gott, wie's lag. Warum lagst du das so? Warte mal, ich mach mal wieder mit hinzu. Ja, bei mir lagts aber auch. Oh ja, das könnte dran liegen, dass ich einfach alles gerade offen hab. Moment. Mal eben Premiere zu. Boah, Alter, wie das lag. Ich glaub, ich hab mich nicht mit Grafikkarte ausgeführt. Dann mal eben noch. Hallo. Das ist ja auch noch zu. Ja, speichern. Ja, mach halt. Boah, ne. Mach mal kurz Aufnahmen. Stopp, bis gleich. Ja, ich bin noch, ich bin noch da. Also. So, geht's jetzt zu? Geht zu? Los. Danke. So, was kann ich noch schließen? Das hier kann ich noch schließen. Das kann ich noch schließen. Hallo, Safari. Safari. Ja, schließen. Ja, beenden. Das kann auch zu. Das kann auch zu. Das auch. So. Durch mein geiles Mikro hab ich ja jetzt wieder mehr Schulden bei meiner Mutter, gell? Wieso? Weil ich die Kohle nicht hab, aber egal. Geil. Ah, geil. Im Ende klingt so wie scheiße, ja. Ja, ich hoff's mal nicht. Na, wenn nicht. Eiskalt wieder zurück, ja. Ja, erstens, das und zweitens hat's ja eigentlich gute Bewertungen. Und es ist ein Großmembraner, ne? Ein Großmembraner klingt immer besser als so ein schäbiges... Headset. Ja. Oder so ein schäbiges Abnehmen-Mikro. Ja. Naja, also, äh, vom Klang her ist das Headset ja saugeil, aber Mikro ist halt wirklich nur ein Headset-Mikro. Oh, ich hab schon wieder Hunger wie Sau. Ich brauch Erde. Warum? Also, in-game meine ich jetzt. Achso. Ich hab hier noch meine geile Mezzo-Mix mit Eiswürfeln drin, die mir ein bisschen das Gefühl gibt, dass heute Männertag ist und ich was trinken darf, aber... Okay. Darf ich nicht. Achso, ich setz jetzt Müllis auf. Falls man sich jetzt fragt, warum, weil, ja. Ich darf nicht, weil ich bald ins Krankenhaus gehe, voll krass Operationen und so. Und da darf ich heute nichts trinken, heute ist Männertag und... Nein. Ey, der Curry ist fertig. Oh, schon wieder ein Creeper. So. Hast du ihn gehört? Nein. Und willkommen zurück bei Minecraft und ich hoffe, es hat jetzt auch noch zu laggen. Tak, oh, noch einer. Noch einer, Alter, wo kommen die denn alle her? Aua. Ja, doch, müsste ein Eckfässer laufen. Mann, ey. Oh, meine zweite Achse ist gleich im Ohr. Das ist aber schade. So, ich sterb scharf. Alter. Guck mal, wie geil die Insel aussieht von Max. Ja. Das stimmt, das stimmt. Das ist schon verdammt geil geworden. So von unten schon. Nice, nice, nice. Und unten drunter ist halt ein übelster Schattengeil. Ja, schon geil. So, ich werde den Curry mal eben erweitern. Haben wir hier am Ende ein riesiges Loch in der Landschaft. Auch richtig schön. Ja, finde ich auch. Könnte man aber so einen Krater draus machen. Na gut, wie du da draus einen Krater bauen willst, das will ich sehen. Es ist möglich, also. Ja, hm, hm, ja. Ja. So, und warum ich hier das immer diese gleiche Ecke noch mit dran lasse, ist es einfach darum, dass ich die Stromversorgung und alles nicht umsetzen muss. Darum, dass ich... Ja, ja, fail. So. Oh, hörst du, dass nicht Popkiller vorhanden, ne? Ja, das höre ich. Richtig schön. Oh, ich glaub mir auch ein Popkiller ab, ich glaub mir ein Großmembran, hab ja jetzt genug Geld. Ja, genau. So, ich muss mein Glas hier wegstellen. So, wie viel haben wir denn jetzt? Och, bis jetzt haben wir nur neun Stacks Holz, wenn ich richtig erzählt hab, wahrscheinlich nicht. So. Und jetzt muss ich mich hier wieder rausbutteln. Butteln! Und ich muss einfach sagen, gestern Star Trek Into Darkness, gell? Geil? Alter, so scheiße geil. Ich dachte jetzt, Alter, so scheiße, what? Nee, also ich bin ja sowieso ein richtiger Star Trek-Fan. Deswegen haben wir uns ja gestern auch den Doppel reingezogen. Da kam erst der alte Star Trek von 2009. Dann war irgendwie 15 oder 20 Minuten Pause. Und dann kam der neue Film in 3D. Und es gab ein paar 3D-Effekte, wo du dir wirklich gedacht hast, what the fuck? Weißt du, da waren die mit Enterprise so auf so einem Planeten, wo noch so ein übelstes unterentwickeltes Volk war. Vorsicht, Spoiler übrigens. Oh, ich bin voll. Was? Ich bin voll? Nein! Und dann haben die so mit so Sperren nach der Enterprise geworfen. Und dann kam wirklich ein Sperr direkt auf dein Auge zu, Alter. Das war so krank. Also das war so ein 3D-Effekt, wo du dir gedacht hast, boah, Mensch, es geht ja doch. Heftig, heftig. Alter. Ich hatte erst mal den übelsten Schreck gekriegt, ey. War übelst geil. Ah, ich bin voll. Ey, das guckt mich drauf an. So. Jetzt muss ich hier wieder rundherum rennen und die ganzen Fackeln antatschen hier. Dich will ich haben. Marker. Marker. Ja. Oh, ich hab mein Kaugummi noch drin. Scheiße. Ich baue hier die ganze Landschaft ab, Junge. Geil. Ich mein, wenn du mal auf die Map guckst, dann siehst du schon so einen riesigen Krater. Übrigens haben wir absolut kein Rohholz mehr daheim. Ja, ich weiß. Also gar nichts mehr an Holz. Ja, ich hab noch, ich hab alles mitgenommen, was wir zu Hause hatten. Okay, weil ich hab jetzt wieder 20 Stacks oder so. Also Rohholz. Aber wenn man mal auf die große Map guckt hier, äh, nee, nicht, ähm, X, genau, dann hat er ja, dann hat der Max ja auch schon auf seiner Insel was gebaut. Ja, freilich. Das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte, der hat erstmal die Insel unten dran fertig gemacht. Na, hat er auch gemacht. Und dann hat er gesagt, oh, ich mach's mir jetzt hier oben drauf führen. Aber ich glaub, da warst du nicht mehr da. Achso. So. Gut, hab ich denn noch Erde? Nee, sehr toll, 60. Ähm, wo klau ich mir denn jetzt Erde? Achso. Ähm, du kannst in meinem Berg drinnen das Scheiß aufbauen. Alter, es wird echt, es wird echt schon wieder Nacht, gell? Boah, das ist ja echt abnormal. Ich bring mir jetzt echt, ich bring mir jetzt echt mal hier so ein Bettchen mit. Und da war Facebook wieder im Werk? Na, ich hab's gehört, Junge. Bei dir auch, oder was? Nein, aber bei dir. Hä, das kann gar nicht sein. Ich hab dein Mikro aufgenommen. Also, ich hab's gehört. Ja, dann hast du es vielleicht auch gehabt. Na, ich hab mein Facebook zu. Also, ich hab kein Internet auf. Achso. Cool, dann kommt das auch über die Lautsprecher an. Dann ist es gleichzeitig über Headset und Lautsprecher. Ist ja auch nicht schlecht. Auch gut. Oder vielleicht du hast mein Handy. Oh, ich hab ne SMS. Telekom. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Smartphone. Ach, da sind sie ja früh dran. Hässlichen Glückwunsch. Was hab ich das jetzt gesagt? Nein, aber das hab ich gehört. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du so herzlichen Glückwunsch gesagt hast. Achso, ja. Ja, also, die haben mir jetzt nach, ähm, bisschen mehr als einem Monat herzlichen Glückwunsch zu meinem neuen Smartphone gewünscht, ne? Geil. Würdest du jetzt bitte pennen gehen oder disconnecten? Ich mach mir grad ein Bett, aber warte, ja. So, und, äh, ich liege. Hä, hier fehlt schon wieder ein Bett, ey. Das werden immer weniger. Ja, weil ich eins mitgenommen hab und dann gestorben bin und dann nicht mehr eingesammelt hab. Und dann hab ich das nächste genommen. Geil. Ja, ich mach mir jetzt erstmal hier ein schönes Bettchen. Und wer steht da in der Landschaft? Natürlich, ein Creeper. Ach, die, Alter, die, die, die gehen mir, die, die gehen mir so auf die Nerven. Wir haben so viele davon. Mit was baut man Melonen ab? Äh, mit gar nichts. Wir dauern so lange, egal, was du musst. Okay. So. Bei mir haben die Nico in der Light-Version Blöcke auch keine Textur, aber passt an sich. So, ist das Zeug hier fertig? Ich glaub mir das jetzt einfach mal. Äh, ich glaub mir Möhren, äh. No. So. Dann pflanzen wir mal neu an hier. Weil man nimmt einfach so eine Möhre und steckt die in den Boden. Fertig. Ja. Achso, die hat der Max ja erst letztens geerntet hier. So, alles klar. Dann hab ich jetzt ein Bett dabei und dann werd ich mir mal so eine kleine Farmerhütte bauen. Nice. Und ich baue hier den... Alter, Vater, wie viel. Was denn? Holz. Und alles. Ja, Holz werd ich dann auch ein bisschen brauchen, wenn ich dann fertig bin hier. Na, ein bisschen kannst du von mir haben, so 20 Stacks oder so. So. Ich bin schon wieder voll. Was ja auch mal übelst geil wäre. Wäre ein System, wo man auch sagen kann, was man haben möchte und dann wird das Zeug aus den Kisten rausgepumpt. Aber ich glaub, das ist... Das geht nicht. Ich hab keine Ahnung. Also, ich wüsste jetzt persönlich gerade nicht, wie. So hat denn der Crory schon ein bisschen Erde gefördert? Okay. Alter, wie viele Kisten da unten schon wieder stehen, gell? Ja, das sind alles nur die Crory-Kisten, gell? So, ich stell mir jetzt mal hier eine Hütte hin. Eine Holzhütte. Nein, meine Holzkiste ist gleich voll. So. Ja, das war jetzt super schlau. Ich bin so behindert. Einsicht, das erste gibt's oder so. Sag mal, hast du mal ne Axt? Nein, ja. Scheiße, ich muss mir Äxte machen. Ich hab fünf Stück gehabt, da war jetzt noch zwei. So, dann machen wir das halt so. Ich bin so ein Profi, Alter. Ich bin so ein Profi. Gut, gut. Ja, tut mir ja leid. Bitte. So, scheiße. So, eine Axt. Mach ich mir noch, soll ich dir eine mitmachen? Ja, das wäre sehr nett. Aus, was machst du denn, deine Äxte? Aus Grin-Sephyres. Oh, geil. Ich auch. Davon haben wir ganz schön viel, oder? Übel. Deswegen mach ich's. Hör mal, wie sieht's denn hier? Ja, in unserer Kiste, in unserer Crory-Kiste ist auch schon wieder übelst Redstone, Lapis, Nikolite, Copper, Emerald, Silver, Iron, Ferros, was auch immer das ist. Ich weiß es immer noch nicht. Ferros heißt eigentlich auch Eisen. Ja, eben, gell? Aber es kommt kein Eisen raus, sondern es kommt halt auch Ferros-Ohre raus. Dann weiß ich es nicht. Ja, ich auch nicht. Oh, das Zeug jetzt noch hier. Okay. So, hier. Habt ihr da eine Axt hin gebrochen? Danke sehr. Ich hab's hier in eine supergeile Hütte, Alter. Ja, ihr seht bei mir immer noch aus, wie du in die Kriegs-Axt. Bei mir auch. So. Fackeln hab ich natürlich nicht. Ich hab 53 Stück. Jo, war dann, kannst du ja mal meine App geben hier. Eine? Zwei. Oder zehn? Copperuhre. Wer hat sich hier Kupfer gebrannt? Was ist denn das für ein Idiot? Äh, ich pack da jetzt einfach mal meine Hau rein. Nehmen wir mal hier das. Ah. Ich brauch ne Kiste. Noch ne Kiste. Ich hab auch schon drei Kisten oben stehen. So. Ja, und bestimmt alle mit Holz gefüllt, ne? Na, eine kleine mit Holz und eine große mit Albenzels und so. So. Na, ich hab keinen Platz mehr, die hier hinzustellen. Ich stell sie vor's Haus. So, der packt jetzt meine Hau rein. Mach deine Hau packst in die Kiste, ja. Wieso? Boah, mach mal ein Lautsprecher aus. Ich hör mich die ganze Zeit doppelt. Hä, Lautsprecher? Ich hör mich irgendwo doppelt. Warte mal. Systemstern. Da ist ja jemanden, den Teamspeak drin. Ne, eigentlich nur, die zwei. Warte mal eben. Hardware und Sound, Audio-Geräte. Sag mal eben was. Ja. Ja, ne, kommt nur ein Ausschlag bei meinem Headset. Hä? Ja. Ich hör mich doppelt. Übrigens, die Folge ist vorbei, wollte ich nochmal erwähnen. Na, okay. Ja, also eigentlich kann das nicht sein, dass du dich doppelt hörst. Wie dumm. Alter, wie viel Holz ich hier rausholen werde. Oh, Creeper. Weißt du, wie lange das dauern würde, wenn ich hier kein Tack-It, sondern so ein Normal-Ding im Tritte? Ja, ohne das, äh, ja. Ja, ich weiß. Weiß Bescheid, Alter. Scheiße, scheiße beweiht, wa? Äh. Clemens, direkt dran, du hast keinen Popschutz, ja? Ja. Du darfst nicht so pusten. Ich darf, ich darf mein Mikro nicht so kochen. Ja, du darfst nicht so blasen. Ich hab's schon nur noch so seitlich stehen. Okay. Dass ich eigentlich in die Leere puste. Ja, aber du hast gerade wieder übelst gepustet. So wollen wir dann vielleicht... Ja, das war Absicht. Achso, wollen wir dann vielleicht trotzdem mal eine Pause machen? Warte. Ich muss noch etwas auf diese Zeit einbringen. Ja, ich hab jetzt hier auch eine Hütte. Ey. Yay. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Hau da rein, schüss.